Ach, guten Morgen, Achmed. Na, wie geht's dir, Kumpel? Ich hätte gerne einen Döner. Ja, kommt sofort, Max. Bin gleich wieder zurück. Wo steht denn bloß das blöde Fleisch? Hm, nee, nee, nee. Ah! Boah, das ist ja schon im Zweiten Weltkrieg abgelaufen. Normalerweise verkaufen wir nur Sachen, die schon seit dem Ersten Weltkrieg verkauft wurden. Aber Max ist mein Freund. Deswegen kriegt er es aus dem Zweiten. Naja, erstmal warm machen. Vielen Dank, Achmed. Ja, hier. Bitte schön, Max. Lass es dir schmecken. Ach, voll das ranzige Fleisch. Pfui! Oh nein, das ist der große Killer-Döner. Er ist hergekommen, um mich zu holen. Gegen einen bösen Döner hilft eine Prise Salz. Also bis dann, hm? Eine Prise Salz. Also ehrlich. Bäh.